Lassen Sie uns das Wort Gottes heute anhand der Predigt mit dem Titel Lasst die Herrlichkeit Jerusalems auf der ganzen Welt erstrahlen, miteinander teilen. Sie alle, werden wir nicht, wenn wir in den Himmel kommen, Gott treffen? Der Gott, den wir im Himmel treffen, ist nicht allein Gott Vater, sondern definitiv auch Gott Mutter. Treffen wir nicht auch Elia, Elisa, Melchisedek, Abraham, Noah, Jakob, Isaak und alle Vorfahren des Glaubens? Unser böser Feind, der Teufel aber, verbreitet falsche Lehren auf der ganzen Welt und sagt, Es gibt im Himmel nur Gott Vater. Über diese Situation ist in Jesaja Kapitel 60 prophezeit. Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Aus diesem Grund müssen alle Kinder Zions in dieser Zeit aufstehen und das Licht Jerusalems erstrahlen und es hell scheinen lassen, wie wenn es auf einem Dach aufgestellt wird, anstatt es unter dem Boden zu verstecken. Bezüglich des Teufels sagt 1. Mose Kapitel 3, Vers 15, Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Gemäß dieser Prophezeiung werden bis zum Ende der Welt böse Gegner existieren. Diese Gegner werden mit bösen Worten gegen die Wahrheit von Gott Mutter sprechen und versuchen, Mutters Aufgabe und Werk zu behindern. Die übrigen vom Geschlecht der Frau in Offenbarung Kapitel 12 aber müssen zu Wächtern auf den Mauern Jerusalems werden, bis sie zum Lobpreis auf Erden wird, wie es in Jesaja Kapitel 62 prophezeit wurde. Heutzutage versuchen viele Leute, die Lehren über Gott Mutter zu verleugnen, wenn wir die Wahrheit über Gott Mutter predigen und ihre Herrlichkeit auf der ganzen Welt verbreiten. Dennoch lehrt die Bibel definitiv, dass wir an die Existenz von Gott Mutter glauben müssen und dass sie auf die Erde gekommen ist, um uns zu retten. Im ersten Buch Mose lehrt uns die Geschichte von Adam und Eva, dass Eva die Mutter aller werden würde, die da leben. Außerdem lehrt uns das Buch der Offenbarung Kapitel 19, dass die Braut des Lammes auf jeden Fall existiert. Prophezeit die Offenbarung nicht auch, dass die ganze Menschheit das Wasser des Lebens durch eben diese Braut, die Frau des Lammes, empfangen kann? Aber Satan hindert die Menschen daran, diese Wahrheit zu verstehen. Er verdeckt die Wahrheit über Gott Mutter, damit die Menschen sie nicht richtig sehen können. Lassen Sie uns heute durch die Bibel die Antwort auf die Frage bestätigen, werden wir, wenn wir in den Himmel kommen, sowohl Gott Vater als auch Gott Mutter sehen? Sobald man die Antwort auf diese Frage gefunden hat, ist es einfach, voll und ganz zwischen den falschen Kirchen und der wahren Gemeinde zu unterscheiden. Und nicht nur das, sondern man kann auch die Antwort auf die Frage finden, sind wir in der wahren Gemeinde, die uns in den Himmel führt? Werfen wir einen Blick auf 1. Mose Kapitel 1, Vers 26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Gott erschuf die Menschheit und alle Dinge auf der Erde und im gesamten Universum. Als Gott den Menschen erschuf, sagte Gott, lasst uns Menschen machen. Das heißt, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Da Gott sagte, lasst uns. Wie sollte es möglich sein, dass Gott im Singular existiert? Hier sagte Gott, lasst uns Menschen machen. Da sie sagten, lasst uns, sind sie nicht die Götter, die die ganze Menschheit erschaffen, ihr den Odem des Lebens gegeben und es ihr erlaubt haben, als Lebewesen auf der Erde zu leben? Gott sagte auch, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Lassen Sie uns also herausfinden, wie viele Bilder die Menschheit hat. In Vers 27 heißt es, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Gott, auf den sich mit uns bezogen wird, schuf die Menschheit zum Bilde Gottes und infolgedessen erschienen Mann und Frau. Ist es nicht deutlich, dass es ein männliches Bild von Gott und ein weibliches Bild von Gott gibt? Die ganze Menschheit nennt das männliche Bild Gottes gemeinhin Gott Vater. Das weibliche Bild Gottes aber sucht oder erkennt niemand an. Bedeutet das dann, dass das weibliche Bild Gottes nicht existiert? Sie existiert auf jeden Fall. Da man das männliche Bild Gottes Vater nennt, wie sollte man dann das weibliche Bild Gottes nennen, das der ganzen Menschheit den Atem und das Leben gab? Wir sollten sie Gott Mutter nennen. Gott Vater und Gott Mutter existierten im Himmel, schon bevor die Menschheit auf der Erde existierte. Die Bibel sagt, dass die Götter, die im Himmel existierten, sagten, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, und daraufhin wurden auf der Erde Mann und Frau geschaffen. Früher oder später müssen wir deshalb in den Himmel zurückkehren, wo Gott Vater und Gott Mutter wohnen. Wer lehrt, dass es im Himmel keine Gott Mutter gibt? Wessen Lehre ist das? In 1. Mose Kapitel 3 Vers 15 sagte Gott deutlich zu Satan, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Mit anderen Worten, Satan wird immer versuchen, alle Bemühungen von Mutter, der Frau und sogar ihrer Existenz auszulöschen. Eine der größten Behinderungen Satans auf der Erde ist es, alle Menschen daran zu hindern, die große Liebe und das Opfer von Himmelsmutter zu erkennen. Er unternimmt große Anstrengungen, um ihre Existenz zu verleugnen, damit die Menschen nicht in den Himmel zurückkehren können, wo Mutter ist. Satan hindert die Menschen daran, Gottes Gesetzen, Satzungen und Ordnungen zu gehorchen, damit sie die Existenz von Himmelsmutter nicht erkennen können. Auf diese Weise lässt er die Menschen sich gegen sie stellen, damit sie nicht an sie glauben. Deshalb sagte Gott durch die Prophezeiung in Jesaja Kapitel 62, macht Jerusalem zum Lobpreis und der Herrlichkeit der Erde. Bedeutet das nicht, dass wir die Existenz von Himmelsmutter der ganzen Welt bekannt machen, und sie ihren Lehren folgen lassen sollten? Wenn das geschieht, dann wird die Welt der Dunkelheit zur Welt des hellen Lichts und die Menschen werden in der Lage sein, Gut und Böse zu unterscheiden. Schließlich werden die himmlischen Kinder geboren werden, die nicht der Bosheit folgen, sondern in der Gerechtigkeit bleiben. Gott wird Jerusalem fest aufrichten, damit alle Nationen auf Erden sie erkennen können. Er wird alle Kinder Gottes nach Zion bringen, wo es die letzte Wahrheit gibt, und ihnen den Geist geben, sich nach Jerusalem zu sehnen, damit sie mit ihr in Zion Glück und Freude teilen können. Deswegen steht in Offenbarung, Kapitel 22, Vers 17, In den letzten Tagen wird nicht nur Gott Vater erscheinen, sondern auch Gott Mutter und sagen, Kommt! Wen da dürstet, der komme! Es gibt Gott Vater und Gott Mutter. Um das der ganzen Menschheit bekannt zu machen, schuf Gott die Erde als Schatten und Appel dessen, was im Himmel ist, der die Wirklichkeit ist. Die Bibel betont das immer wieder, aber die Menschen erkennen es nicht. Wenn Satan sich aufmacht, die Menschen mit verschiedenen betrügerischen Worten zu täuschen und falsche Beweise vorzulegen, dann gibt es Menschen, die wegen der Lüge schwanken und sich von der Erlösung, die nicht leicht zu erlangen war, abwenden. Das ist herzzerreißend. Gibt es irgendetwas auf dieser Erde, auf das man wirklich hoffen kann? Bisher sind allein aufgrund des Coronavirus über 1,1 Millionen Menschen gestorben. Darüber sollten wir sorgfältig nachdenken. Kann ein Himmelreich, in dem es keine Mutter gibt, wirklich das Himmelreich sein? Die Bibel sagt, dass wir dem Wort Gottes nichts hinzufügen oder etwas von ihm wegnehmen dürfen. Deshalb müssen wir in das Himmelreich gehen, in dem es sowohl Mutter als auch Vater gibt. Satan bringt immer wieder falsche Zeugnisse hervor, um die Menschen dazu zu bringen, Himmelsmutter zu verleugnen und das Himmelreich zu vergessen. Wir dürfen den Lehren, die Gott uns in der Bibel gegeben hat, niemals etwas hinzufügen oder etwas von ihnen wegnehmen. Noch bevor das Fleisch und die Knochen der Menschen geschaffen wurden, sagten Vater und Mutter in der geistlichen Welt, lasset uns Menschen machen. Macht es trotz dieses absoluten Wortes Gottes Sinn, dass Gott Mutter nicht existiert? Es gibt heutzutage unzählige Religionen aber an einem Ort, an dem es keine Überzeugung von oder den Glauben an die Existenz von Gott Mutter gibt, da gibt es keine Wahrheit. Man kann einfach sagen, dass ihnen das Himmelreich nicht gegeben wird. Man kann diesen Punkt durch die Lehren in Matthäus Kapitel 13, Vers 10 bestätigen. Und die Jünger traten zu ihm und sprachen, warum redest du zu ihnen in Gleichnissen? Er antwortete und sprach zu ihnen, euch ist's gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu verstehen, diesen aber ist's nicht gegeben. Denn wer da hat, dem wird gegeben, dass er die Fülle habe, wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Darum rede ich zu ihnen in Gleichnissen. Denn mit sehenden Augen passiert was? Sehen sie nicht. Und mit hörenden Ohren passiert auch hier was? Hören sie nicht. Und sie verstehen es nicht. Fahren wir mit Vers 14 fort. Und an ihnen wird die Weissagung Jesajas erfüllt, die da sagt, mit den Ohren werdet ihr hören und werdet es nicht verstehen. Und mit sehenden Augen werdet ihr sehen und werdet es nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt. Ihre Ohren hören schwer und ihre Augen sind geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich ihnen helfe. Aber selig sind eure Augen, dass sie sehen und eure Ohren, dass sie hören. Vers 17 Wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben begehrt, zu sehen, was ihr seht und haben es nicht gesehen und zu hören, was ihr hört und haben es nicht gehört. Wenn Apostel Johannes heute hier wäre und die Wirklichkeit des himmlischen Jerusalems sehen würde, wie glücklich wäre er. Als David die Lade Gottes in die Stadt Davids brachte, brachte er seine große Freude zum Ausdruck, indem er wie ein kleines Kind vor Gott tanzte. Würde Johannes nicht dasselbe tun? Heutzutage lesen viele Menschen die Bibel, aber sie können mit ihren Augen nicht sehen, dass Gott Mutter auf jeden Fall existiert. Wie aber steht es mit ihnen und mir? Sehen wir? Wer hat es uns erlaubt, sie zu sehen? Jesus sagte, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater. Wie dankbar sind wir allein schon für die Tatsache, dass wir den Segen erhalten haben, zur Himmelsmutter kommen zu können. Wenn wir in den Himmel gehen, werden wir endlich erkennen, dass wir diese großen und erstaunlichen Segen empfangen haben. Lassen Sie uns noch etwas länger durchhalten, bis diese Zeit kommt. Dafür brauchen wir Ausdauer. Da die Coronavirus-Pandemie seit etwa zehn Monaten andauert, sagen Menschen, die nicht an Gott glauben, ich fühle mich hoffnungslos, mein Leben macht keinen Spaß mehr. Einige sagen, vielleicht kommt tatsächlich das Ende, der Tag des jüngsten Gerichts, über den so viele Kirchen sprechen. Die Leute machen derartige Kommentare. Das sind Dinge, die die weltlichen Menschen auf der Welt sagen. Aber wie steht es mit uns? Ist unsere Zukunft nicht eine wirklich großartige Welt, auf die es sich zu hoffen lohnt? Wir können nicht anders, als Himmelsvater und Himmelsmutter erneut dafür zu danken, dass sie uns diesen Glauben gegeben haben. Gott hat uns durch viele Beispiele auf dieser Erde viele Male gelehrt, dass wir tatsächlich Gottmutter haben. Die Welt erkennt das aber nicht. Sie achten nicht auf diese Lehre und verstehen sie nicht. Lassen Sie uns nachsehen, welche Art von Hinweis Gott uns gibt, indem wir uns Offenbarung Kapitel 4 ansehen. In Offenbarung Kapitel 4, Vers 10 steht geschrieben, Fielen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron saß und beteten den an, der da lebt, von Ewigkeit zu Ewigkeit und legten ihre Krone nieder vor dem Thron und sprachen, Herr, unser Gott, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch wessen Willen? Durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Basierend auf der Aussage, durch deinen Willen wurden sie geschaffen. Wessen Wille war es, Männer nach dem Bilde von Vater und Frauen nach dem Bilde von Mutter zu erschaffen? Es war Gottes Wille. Immer also, wenn wir einen Mann sehen, sollten wir denken, ah, im Himmel haben wir Gott Vater. Wenn wir dann eine Frau sehen, an wen sollten wir denken? Wir sollten dann denken, ah, im Himmel haben wir auch Gott Mutter. Gott erschuf die Menschheit als Mann und Frau, damit wir in der Schöpfung Gottes Willen leicht erkennen können und diese wichtige Tatsache niemals vergessen. Gott erschuf alle Arten von Tieren. Lassen Sie uns einmal über die Vögel am Himmel nachdenken. Gibt es nur Vatervögel? Nein, es gibt auch Muttervögel. Wie steht es mit den Fischen im Meer? Auch da erschuf Gott Vaterfische und Mutterfische. Warum erschuf Gott die Dinge auf diese Weise? Auch die schönen Hirsche, die auf dem Feld laufen, haben einen Vaterhirsch und einen Mutterhirsch. Warum hat Gott sie dann so erschaffen? Auch ein Zebra hat sein Vater Zebra und sein Mutter Zebra. Warum hat Gott sie auf diese Weise erschaffen? Die Bibel sagt, alle Dinge wurden durch den Willen Gottes erschaffen. Betrachten wir nicht nur die Welt der Tiere, sondern auch die Welt der Pflanzen. Blumen haben ebenfalls ihre Vaterblumen und ihre Mutterblumen. Bäume haben ihre Väterbäume und ihre Mütterbäume. Auch Menschen wird das Leben durch ihre Mütter gegeben. Das ist wirklich tiefgründig. Kann man ohne Mütter sagen, dass die nächste Generation existieren wird? Bitte denken Sie an die Lehre, dass alle Dinge durch Gottes Willen geschaffen wurden. Warum hat Gott alle Dinge auf diese Weise geschaffen? Jeden Tag lehrt Gott die ganze Menschheit, ihr habt Gott Mutter. Die Blumen sagen uns, ihr habt Gott Mutter. Die Hasen sagen uns, ihr habt Gott Mutter. Die Rehe sagen uns, ihr habt Gott Mutter. Selbst die Gänse am Himmel sagen uns, ihr habt Gott Mutter. Durch alles, was wir sehen, die Fische im Meer, die Vögel am Himmel und alle Tiere auf dem Feld, lässt Gott uns wissen, dass wir Gott Mutter haben. Gott erschuf diese Erde nach seinem Willen und erlaubte es, allen Menschen, Väter und Mütter zu haben, um seinen Willen zu offenbaren. In Gottes Willen ist das System enthalten, in dem alle Lebewesen das Leben von ihren Müttern erhalten. Im Go and Come Ausbildungszentrum in Okchon gibt es am Eingang bis zum Tor auf beiden Seiten der Straße viele Ginko-Bäume. Sie müssen inzwischen schon wunderschön gelb geworden sein. Interessanterweise aber tragen nur ein paar von ihnen Früchte. Das liegt daran, dass viele von ihnen Vaterbäume sind. Nur wenige von ihnen sind Mutterbäume. Und es sind ausschließlich die Mutterbäume, die Früchte tragen. Das ist wirklich erstaunlich. Unser Gott hat sie so geschaffen. Wenn sie einen Ginko-Baum fragen könnten, wer hat ihr das Leben gegeben, so würde er sagen, das hat meine Mutter getan. Wenn sie eine Gans fragen würden, wer hat ihr das Leben gegeben, so würde sie sagen, das war meine Mutter. Gott erschuf die Natur als Lehrbuch für uns, das uns bezüglich der geistlichen Welt lehrt, damit wir sie mit unseren Augen sehen können. Warum hat Gott das getan? Lassen Sie uns Römer Kapitel 1 Vers 20 lesen. Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, so dass sie keine Entschuldigung haben. Es steht geschrieben, dass Gottes unsichtbare Kraft und sein göttliches Wesen deutlich gezeigt werden durch das, was geschaffen wurde, so dass sie keine Entschuldigung haben werden. Wenn man sich ansieht, was geschaffen wurde, so kann man Gottes göttliches Wesen fühlen und auch die Existenz des männlichen und des weiblichen Bildes sehen. Daher wird am letzten Tag »Ich wusste nichts über Gottmutter, deswegen konnte ich nicht glauben« keine akzeptable Entschuldigung sein. Bezeugen nicht alle Dinge in der Natur durch ihre eigene Existenz die Existenz von Gottmutter? Nachdem wir all diese Beweise gesehen haben, sollten wir deutlich erkennen können, wer lehrt. Es gibt keine Gottmutter. Die Bibel erwähnt diese Angelegenheit mehrfach und schenkt uns viele Erkenntnisse. Gott schuf durch die Dinge auf der Erde einen Schatten dessen, was im Himmel ist. Wenn alles auf der Erde ein Schatten ist, was sind dann die Dinge im Himmel? Werfen wir einen Blick auf Hebräer Kapitel 8 Kapitel 8 Vers 5 Dort heißt es »Sie dienen aber nur dem Abbild und Schatten des Himmlischen« Bedeutet das dann nicht, dass das, was im Himmel ist, die Wirklichkeit ist? Das bedeutet, dass das, was auf Erden ist, lediglich ein Abbild und ein Schatten ist und das widerspiegelt, was im Himmel ist. Stimmen Sie mir da nicht zu? Können auf der Erde Dinge existieren, die im Himmel nicht existieren? Nein. Wie es also einen Vater im Himmel gibt, der die Wirklichkeit ist, muss es Väter geben, die auf der Erde als ein Schatten existieren. Wenn wir auf der Erde Mütter sehen können, die ein Schatten sind, wer muss dann im Himmel existieren? Es muss dort die Wirklichkeit geben, Gottmutter. Deshalb existieren auf der Erde Mütter, um als Schatten ihrer Wirklichkeit zu dienen. Dasselbe gilt für Brüder und Schwestern. Wie es in einer Familie auf der Erde Brüder und Schwestern gibt, so gibt es im Himmel der geistlichen Welt auf jeden Fall Brüder und Schwestern. Lassen Sie uns nun bestätigen, dass das, was auf der Erde existiert, tatsächlich ein Abbild und Schatten dessen ist, was im Himmel existiert. In Matthäus Kapitel 6, Vers 8 steht geschrieben, Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten, unser Wer? Wer ist er? Unser Vater im Himmel. Es gibt auf der Erde deswegen Menschen, die die Rolle eines Vaters spielen, weil wir unseren Vater im Himmel haben. Kann es eine Kopie geben, ohne dass es eine Wirklichkeit davon gibt? Das ist unmöglich. Gott lässt uns durch Matthäus Kapitel 6 sicher wissen, dass wir in der geistlichen Welt Gott Vater haben. Da der Begriff Vater auf der Erde ausschließlich in einer Familie verwendet wird, sollten wir die Familie studieren, indem wir vergleichen, was im Himmel existiert und was auf der Erde existiert. Das Wort Vater impliziert ohne jeden Zweifel, dass ein Mann mindestens ein Kind hat. Werfen wir einen Blick auf 2. Korinther Kapitel 6, Vers 17. Hier sagt Gott zu uns, Darum geht aus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an, so will ich euch annehmen und euer Vater sein. Vers 18 Und euer Vater sein, und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht, wer hat diese Worte gesprochen? Der allmächtige Herr. Gott selbst hat diese Worte gesprochen. Denken Sie einmal sorgfältig über die Beziehung zwischen der himmlischen Familie und der irdischen Familie nach, der Wirklichkeit und dem Schatten. Wie wir unsere menschlichen Väter haben, so haben wir auch unseren geistlichen Vater. Und wie es geistliche Kinder gibt, so gibt es auch menschliche Kinder. Wie steht es mit menschlichen Müttern? Existieren sie oder nicht? Sie existieren auf jeden Fall. Haben wir nicht in 1. Mose Kapitel 1 gesehen, wie Gott den Menschen erschuf und sagte, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei und das dann Mann und Frau erschaffen wurden? Wenn Himmelsmutter nicht existiert hätte, so hätte es niemals eine einzige Frau gegeben. Unsere himmlische Mutter hat unsere Seelen im Himmel geboren. Sie hat alle Zeit für uns gesorgt, seit wir in der geistlichen Welt Engel waren und bis zum heutigen Tag. Der Grund, aus dem Gott allen Müttern auf der Erde erlaubt hat, ihre Kinder besonders zu lieben, ist der, uns dabei zu helfen, die Liebe unserer himmlischen Mutter zu verstehen. Sollten wir dadurch nicht die Vorsehung Gottes verstehen? Galater Kapitel 4 Vers 26 sagt, aber dass Jerusalem das Droben ist, das ist die Freie, das ist unsere Mutter. Haben wir nicht, genau wie wir unsere menschlichen Mütter haben, auch unsere geistliche Mutter? In Galater Kapitel 4 Vers 26 findet man den Ausdruck, dass Jerusalem das Droben ist und in Offenbarung Kapitel 21 sah Johannes eine Vision, in der ein Engel sagte, ich will dir die Frau zeigen, die Braut des Lammes. Was zeigte ihm der Engel daraufhin? Die heilige Stadt Jerusalem, herniederkommen aus dem Himmel. Man kann erkennen, wie sehr Gott versucht hat, den auserwählten Kindern des Himmels diese Wahrheit als besonderes Geschenk der Gnade nur für sie zu geben. Was wäre, wenn der Engel ihm direkt die Wirklichkeit der Braut gezeigt hätte, nachdem er gesagt hatte, ich will dir die Frau zeigen, die Braut des Lammes. Sehr viele falsche Mütter wären bis heute aufgetaucht und hätten so viel Verwirrung gestiftet, dass wir die Wahrheit nicht finden könnten. Der Engel versprach, ich will dir die Frau zeigen, die Braut des Lammes und zeigte ihm Jerusalem. Im Buch Galater wird Jerusalem dann als unsere Mutter bezeichnet. Wir haben auf jeden Fall unsere himmlische Mutter. Man kann heute leicht zwischen der wahren Gemeinde und den falschen Gemeinden unterscheiden, je nachdem, ob sie Himmelsmutter haben oder nicht. Eine Kirche ohne Himmelsmutter ist nicht die wahre Gemeinde. In einer solchen Kirche gibt es kein Leben. Die Bibel sagt, dass der Ort, an dem sowohl Gott Vater als auch Gott Mutter wohnen, das Himmelreich ist. Deswegen sagte Gott, jetzt kannst du die Existenz Jerusalems offenbaren. Vater hat alles vorbereitet, damit wir die Existenz von Mutter nach seiner Himmelfahrt offenbaren. Wir können jetzt nach Samarien und bis an das Ende der Erde gehen und sagen, glaubt an Gott Mutter. Durch die Propheten in der Bibel sagt Gott uns, dass wir Samarien und den Enden der Erde die Herrlichkeit von Gott Mutter predigen sollen. Es gibt sehr viele Menschen um uns herum, die Gott noch nicht voll und ganz kennen. Lassen Sie uns sie richtig über Gott Vater und Gott Mutter lehren und ohne Unterlass die Herrlichkeit Jerusalems predigen, bis sie von allen Menschen auf der ganzen Welt gepriesen und verherrlicht wird. Lassen Sie uns in diesem Herbst mit dieser Bewegung des Heiligen Geistes beginnen. Vater und Mutter werden mit Sicherheit die Türen für all die Menschen öffnen, die kommen werden. Einige von uns machen sich vielleicht Sorgen und denken, vor uns liegt ein tiefes Meer wie das Rote Meer. Wie können wir durch das Meer gehen und auf die andere Seite gelangen? Wir haben nicht einmal ein einziges Boot oder ein Werkzeug. Aber hat Gott nicht das Rote Meer geteilt, damit die Israeliten leicht durch das Meer gehen können mit einer Methode, die jenseits der menschlichen Vorstellungskraft liegt? Alles wird von Gott vollbracht. Gott kann, wie er das Rote Meer geteilt hat, sogar das erstaunliche Werk vollbringen, den Himmel zu teilen. Schauen wir uns Offenbarung Kapitel 22, Vers 17 an. Und der Geist und die Braut, Vater und Mutter, sprechen, Komm. Sie rufen ihre geliebten Kinder auf der ganzen Welt zu sich. Und wer es hört, der spreche, Komm. Und wen dürstet, der komme. Und wer der will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Wenn man nicht zu Vater und Mutter kommt, dann kann man dieses Wasser des Lebens niemals empfangen. In Johannes Kapitel 4, Vers 14 gibt Jesus eine Erklärung über dieses Wasser des Lebens. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Das Wasser, das ich euch gebe, das wird in euch das Wasser werden, das in das ewige Leben quillt. Was werden uns der Geist und die Braut letztendlich geben? Das ewige Leben. Wo? Wo wird das ewige Leben gemäß Psalm Kapitel 133 geschenkt? In Zion. Die Bibel lehrt, kehrt nach Zion zurück, wo Vater und Mutter wohnen, und trinkt dort nach Herzenslust das Wasser des ewigen Lebens. Gott sagt, und wen dürstet, der komme, und wer der will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Brüder und Schwestern, wir studieren Gottes Wort heute genau so, wie es in der Bibel aufgezeichnet ist. Vater und Mutter rufen jetzt alle Menschen auf der ganzen Welt dazu auf, schnell nach Zion zurückzukehren. Gottvater und Gottmutter haben uns heute gesandt, um ihre Familien zu retten. Deswegen kommen Sie bitte in die Arme von Vater und Mutter. Wir haben eine Einladung für Sie. Bitte kommen Sie zurück in die Arme Gottes. So sollten wir allen Menschen predigen. Lassen Sie uns ihnen, solange es die Gelegenheit dafür noch gibt, den Weg dazu lehren, in die Arme Gottes zurückzukehren. Ich bitte Sie alle, unsere himmlischen Geschwister in Zion, innig darum, viele Seelen zur Buße zu führen, damit sie im Himmel leuchten können, wie die Sterne immer und ewiglich. Damit möchte ich die heutige Predigt beenden. Ich danke Ihnen sehr. Ich danke Ihnen sehr. Vielen Dank.